Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute mal mit ein paar Kleinigkeiten, zwei, drei Kleinigkeiten, die wichtig sind. Es ist jetzt nichts Neues passiert, aber es gibt ein neues Event und ich habe euch vor ein paar Tagen auf YouTube gefragt, wie zufrieden ihr mit Season 1 von The First Descendant seid. Und ich muss sagen, das Ergebnis ist wirklich erschreckend. Nicht mal die Hälfte findet, dass die Invasionen gut sind, beziehungsweise eine vernünftige Schwierigkeit haben. Ein Drittel sagt, die Invasionen sind zu einfach, das andere Drittel sagt, die Invasionen sind zu schwer und genauso ist das auch in den Kommentaren. Entweder die Leute finden es viel zu einfach oder viel zu schwer. Es ist ganz wenig, dass man irgendwie dazwischen ist und sagt, okay, die Invasionen sind so, wie sie sind. Ganz gut. Ich glaube auch, dass damit einher schwingt, dass man allgemein nicht so ganz zufrieden ist mit der Invasion. Ich habe schon gehört, dass der ein oder andere jetzt Hayley am Start hat, aber ja, dass das Hayley Farming zumindest besser geworden ist, aber leider immer noch nicht so richtig spaßig. Wie gesagt, entweder ist die Invasion zu einfach oder zu schwer. Die eine Partei sagt, ey, die Invasionen sollen doch das neue Endgame sein, was auch schwer ist. Das kann ich gut nachvollziehen. Die anderen sagen, ey, ich will doch alles bespielen können im Spiel, ohne hier der übelst gute Spieler zu sein. Kann ich beides sehr gut nachvollziehen. Ich denke mal, erst wenn der neue Schwierigkeitsgrad reinkommt, wird es da ja eine Besserung geben, dass man sagt, ey, da gibt es wirklich einen Schwierigkeitsgrad, der nur für sehr gute Leute am Start ist. Ich denke, damit auch vielleicht der neue Boss, der da mit reinkommt, der nur für die sehr, sehr starken Leute ist. Ich weiß, dass einige auch noch Probleme haben mit normalen Bossen, die ja jetzt auch in den letzten Hotfixes ein wenig geschwächt wurden. Der Pyromane und auch die Eisprinzessin wurden ja ein wenig schwächer gemacht. Aber ja, ich merke auch in den Kommentaren, dass viele Leute nicht ganz so zufrieden sind mit Season 1 und ich ja auch nicht, habe ich euch ja schon mehrfach gesagt. Ich finde, es geht in die richtige Richtung, aber es fehlt da noch an allen Ecken und Kanten einiges an Adjustments und Content. Dann noch ganz wichtig, wenn ihr auf der Playstation Start gedrückt haltet oder auf dem PC, denke ich mal, Escape und dann hier rechts auf Events geht, dann seht ihr, dass es zwei neue Events gibt. Einmal der Waffenboost, das heißt in allen Infiltrationsoperationen. Die Infiltrationsoperationen, ich zeige euch das einmal, weil ich da auch immer durcheinander komme, das sind hier diese Operationen bei der orangenen Kugel. Nicht bei der gelben, sondern hier bei dieser rot-orangenen. Wenn ihr hier drauf geht, dann seht ihr auch schon Infiltrationseinsatz und egal ob normal oder schwer und egal ob Invasion oder normal, bekommt ihr 50% mehr Waffenerfahrung. Die Frage ist, ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Es steht ja dort oben jetzt zum Beispiel 140.000 Erfahrungen beim Abschluss des Dungeons. Und bislang war es so, dass man davon nur einen Bruchteil auf die Waffe bekommen hat. Ist das jetzt so, dass man den kompletten Betrag bekommt auf die Waffe plus 50% oder 50% von den 140.000? Oder gilt die 50% nur für die Gegner im Dungeon selber? Da bin ich nicht so ganz schlau draus geworden. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare, was es damit auf sich hat. Lohnen sich die Infiltrationen oder nicht? Wenn da einer dabei ist, der da vielleicht was zu schreiben kann, dann pinne ich das auch an. Guckt einfach mal unten in die Kommentare, damit ihr Bescheid wisst, ob man hier sehr gut Waffen farmen kann oder nicht. Und dann gibt es ein neues Event, das finde ich tatsächlich ein wenig spannender. Wieder Daily Aufgaben, wo ihr einmal 20 Sperren bekommen könnt. Das ist sehr cool. Das Ganze geht 12, 13, 14 Tage bedeutet, ihr könnt hier gut 200, 300 Sperren bekommen umsonst. Ihr kriegt hier wieder den Bonus, da sage ich gleich noch was zu. Und zweimal jeweils 100.000 Kuiper. Ich muss sagen, das Kuiper, das kann ich zumindest gar nicht gebrauchen. Gold hätte mir da echt besser gefallen. Aber mit den Infiltrations-Invasions-Einsätzen bekommt man ja auch immer noch 4 Millionen pro Tag. Hier oben bei Gold könnt ihr ja mal gucken. Ähm, falsch. Hier runter 1,25 Millionen bekommt man immer bei einem Abschluss von dieser Invasion. Also braucht man da jetzt nicht unbedingt Gold mit drin haben. Weil ich noch sagen wollte zu den Bonis. An eurer Stelle würde ich mir die Bonis besorgen jeden Tag und dann nicht abholen. Weil die Bonis werden hier in den Posteingang gelagert. Und dann könnt ihr hier unten dort die angehängten Gegenstände annehmen. Das würde ich nicht machen, nur wenn ihr sie braucht. Weil wenn ihr sie annehmt, dann sind die sofort aktiv. Und es macht mehr Sinn, die hier zu lagern. Das könnt ihr bis zu 90 Tage machen. Und dann nehmt ihr euch die Erfahrung raus, wenn ihr sie braucht. Wenn ihr sagt, ey, heute will ich einen neuen Charakter farmen. Beziehungsweise hochleveln. Ähm, dann werde ich mir hier einen Bonus rausnehmen. Anstatt alle rauszunehmen. Und dann hört ihr vielleicht auf zu spielen und der Bonus läuft einfach aus. Deswegen sammelt den auf jeden Fall hier in der Postbox. Nächste Woche wird es Holidays in Korea geben, in Südkorea. Deswegen wird es nächste Woche kein Hotfix und keine Updates geben. Nicht, dass ihr da auf irgendwas hofft. Nächste Woche wird es gar nichts von Nexon geben. Und das nächste Update wird es dann erst die Woche drauf geben. Und ich denke, das wird dann noch das letzte Update sein. Vor Update 2 und 3 von Season 1, die ja am 10.10. kommt. Ja, von mir wird es in nächster Zeit wahrscheinlich dann auch ein bisschen ruhiger werden. Weil ich selber auch hier nicht reingehe. Ich hatte einen ganz coolen Kommentar gesehen, der es ganz gut auf den Punkt gebracht hatte. Ähm, aktuell gibt es keinen Grund online zu gehen, wenn man schon so weit ist wie ich. Oder der eine oder andere von euch, wenn man alle Charakter hat und alle Waffen. Ich weiß für alle, die das Video sehen und vielleicht noch mittendrin sind. Ihr könnt das gar nicht nachvollziehen. Aber wenn ihr mal irgendwann alle Charakter habt und alle Waffen habt. Und ja, sehr, sehr viel schon gelootet habt. Dann könnt ihr das vielleicht nachvollziehen. Für alle anderen wünsche ich ganz viel Spaß. Ähm, holt euch auf jeden Fall die Dailies ab. Zwölf Tage läuft das Ganze noch. Oder elf Tage, wenn das Video online kommt. Und bereitet euch auf den 10.10. vor. Weil da, sag ich euch, wird es nochmal richtig abgehen. Mit Ultimate Trainer, mit dem neuen Boss, mit der neuen Waffe. Und, 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 und. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Da freue ich mich extrem drauf. Und ein Like auf dieses Video lassen. Da würde ich auch natürlich auch sehr freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Hau rein. Hau rein. Hau rein.